Hallo und herzlich willkommen zu meinem weiteren Vortrag hier auf den Tux-Tagen und zwar Wie kann man Flatpacks portieren und veröffentlichen? Das heißt, ich habe ein Programm unter Linux und möchte das am Ende auf Flathub veröffentlichen und quasi auch davor ein Flatpack bauen. Ich habe tatsächlich schon drei Flatpacks bauen dürfen in meiner Vergangenheit und auch alle drei auf Flathub veröffentlicht und das waren die verschiedensten technischen Anforderungen, die ich da hatte und von daher würde ich sagen, habe ich da doch ein bisschen Erfahrung, euch da einfach mal so meinen Einblick da reinzugeben und wir machen das mal von Schritt zu Schritt dann ganz Ende hin zu Flatpack auf das Flathub. Ja, das werden wir jetzt in den nächsten 40 Minuten machen. Ich würde sagen, lasst uns einfach mal loslegen mit dem ersten Punkt und ganz kurz zu mir. Mein Name ist Schaufeldrecht Vogelbacher, ich studiere Informatik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und zwar aktuell Informatik im Master. Ja, man kennt mich unter anderem durch den YouTube-Kanal Linux Guides. Ich habe dort seit 2015, ich sage mal, meine Gründung vollzogen und seitdem ganz, ganz viele Videos gemacht und mittlerweile haben wir die 40.000 Abonnenten-Marke geknackt, was mich tatsächlich auch persönlich sehr, sehr freut, dass wir mittlerweile so viele Leute im Linux-Umfeld haben, die sich auch, ich sage mal, genau für solche Themen interessieren. Natürlich noch ein paar mehr in Deutschland, aber ich sage mal, im Verhältnis auf YouTube ist es schon mal gar nicht so schlecht. Ja, dann haben wir einmal, genau, eine Webseite, linuxguides.de. Dort biete ich unter anderem auch Support an, das heißt, falls ihr Hilfe braucht bei der Veröffentlichung auf dem FlatHub beziehungsweise beim Bauen eines Flatpacks, helfen wir eventuell auch ganz gerne, wenn sich da was genau machen lässt. Genau, ansonsten, ja, drei verschiedenste Anwendungen auf FlatHub veröffentlicht. Von daher würde ich sagen, start mal direkt mal durch. Wir gehen einfach mal alles Schritt für Schritt durch und vielleicht tatsächlich starten wir mit der Frage, was ist denn überhaupt Flatpack am Ende ein oder meiner Ansicht nach auch das neuartige Paketformat für Linux, das tatsächlich am Ende ein System zum Erstellen von Programmen oder vom Paketieren von Programmen, zum Verteilen und zum Ausführen ist und tatsächlich komplett isoliert. Das heißt, man kann auf egal welcher Linux-Distribution man ist, solange diese Flatpack unterstützt, kann man tatsächlich jedes Flatpack darauf ausführen. So die Theorie, das funktioniert in der Praxis auch meistens ganz gut. Komplett unabhängig ist man davon nicht, aber ich sage mal schon sehr unabhängig. Also vor allem, wenn man jetzt nichts distributionsspezifisch, ich sage mal, anpasst. Genau, das FlatHub ist am Ende der große zentrale Server oder ein zentraler Ort, an dem Flatpack-Anwendungen für Linux bereitgestellt werden. Da hat sich eine große Community drum gebildet und die meisten Linux-Distributionen haben tatsächlich auch das FlatHub von Anfang an mit drinnen, sodass man tatsächlich auch ohne weitere Einstellungen dann dort Anwendungen installieren kann. Der einzige große Mitspieler, der da nicht mitmacht, ist Canonical. Ansonsten eigentlich fast alle Distributionen machen da mit, sei es beispielsweise Fedora, Manjaro oder auch Linux Mint und ich glaube OpenSUSE mittlerweile auch. Wüsste ich jetzt tatsächlich auf Anhieb gar nicht. Genau, aber kann man auf jeden Fall auch auf OpenSUSE oder Ubuntu und eigentlich fast auf jedem Linux auch installieren. Genau, am Ende, aus was besteht denn ein Flatpack überhaupt? Was ist denn ein Flatpack am Ende? Das ist am Ende ein Programm natürlich in einem gewissen Format, das tatsächlich alle Abhängigkeiten mitbringt und einer gewissen Datei, die diese Anwendung nochmal ein bisschen beschreibt und ich sage mal, so eine Bauanleitung bringt. Also am Ende das Programm und alle Abhängigkeiten, sodass man da halt eben komplett autark ist, sage ich mal, von der restlichen Linux-Distribution. Die Flatpacks werden in der Regel in einer Sandbox ausgeführt, also in einem abgeschirmten System. Das hat verschiedene Vorteile, eben diese Kompatibilität überall, weil ich sage mal, das Ding erstmal nur für sich läuft. Sobald man aber mit anderen Diensten dann kollaboriert, dann hat man da, ich sage mal, auch wieder die altbekannten, ich sage mal, Begegebenheiten. Das lässt sich natürlich auch nicht abstellen, aber wenn man eine reine Anwendung für den Endanwender hat, dann ist so ein Flatpack wirklich einfach ein Segen, weil man muss nur noch einmal eine Anwendung bauen und kann sie auf jeder Distribution nutzen und tatsächlich sehr, sehr einfach schon nutzen. Und man kommt auch relativ einfach dann so in die Anwendungsverwaltung und muss nicht bei jeder Distribution anklopfen, hey, darf ich da rein, muss ich da einen Antrag stellen und dies und jenes. Ja, das macht meiner Ansicht nach FlatHub sehr, sehr besonders und auch sehr attraktiv, vor allen Dingen für Entwickler. Und ich sage mal, als Nutzer, ich bin sowohl Entwickler als auch Endanwender, freue ich mich eigentlich auch immer meistens über Flatpacks. Genau, Flatpacks nutzen am Ende eine Laufzeitumgebung, sie bringen zwar alle Abhängigkeiten mit, aber irgendwo drin müssen sie trotzdem laufen und das bringt dann, ich sage mal, die grundlegenden Linux-Features mit, die man so kennt, eine grundlegende Befehlszeile, sage ich mal, und grundlegende Bibliotheken wie Grafikbibliotheken und so weiter, die sind dann auch in manchen spezielleren zusätzlichen Abhängigkeiten mit drin, aber grundsätzlich hat man hier einmal Free Desktop, das ist, ich sage mal, erstmal komplett unabhängig und dann einmal Gnome oder KDE, das heißt, wenn eine Anwendung ganz viele KDE-Bibliotheken nutzt, dann sollte man natürlich die Laufzeitumgebung von KDE nutzen, genau das gleiche bei Gnome und wenn man eigentlich, oder wenn einem das, ich sage mal, in Anführungszeichen, komplett egal ist, dann nennt man eben die Laufzeitumgebung von Free Desktop. Ich glaube, ich habe tatsächlich alle drei mit Free Desktop gelegt. Genau, was ist Free Desktop? Ist es am Ende ein komplett generischer Linux-Desktop, in Anführungszeichen, ist kein richtiger Desktop, den man starten kann, aber er bietet, ich sage mal, die Umgebung eines generischen Linux-Desktops mit allen Bibliotheken, der halt eben alle wichtigen Grundkonzepte erstmal miteinander vereint und sowas, ja, ich sage mal, nicht Spezifisches mit drin hat, aber trotzdem braucht man dann halt so eine Laufzeitumgebung, dass das überhaupt läuft. Genau, also die meisten werden wahrscheinlich für Desktop verwenden. Ja, wie kann man denn jetzt so ein Flatpak bauen, beziehungsweise was haben wir denn da noch für weitere Begriffe, die uns jetzt begegnen werden? Das ist einmal der Flatpak-Builder, damit werden wir das Flatpak bauen aus einer Datei und aus dem Programm selber werden wir eine Flatpak-Datei in Anführungszeichen bauen und dieses Flatpak ist tatsächlich in einem Manifest beschrieben, das heißt, dort wird geschrieben, wie dieses Programm zusammengebaut wird und was die Abhängigkeiten sind, was die Version davon ist und so weiter. Dann haben wir einmal das Flatpak-SDK, Software Development Kit, meine ich, müsste es ausgesprochen heißen. Das ist dann am Ende, das braucht man auf jeden Fall dann, um das Flatpak nochmal zu bauen und zu erstellen, sage ich mal, und auch ganz viele Bibliotheken, die man dann damit, ich sage mal, nutzen kann. Das wird man einfach dazu installieren und dann läuft das sozusagen. Dann die Flatpak-Runtime, das ist am Ende dann, ich sage mal, die auszuführende Partei, das heißt, das ist dann ganz normal das Flatpak, was jeder auf dem Rechner hat, womit man dann halt eben Flatpaks ausführen kann und das Flatpak-Repository, das ist dann der Ort, an dem Flatpaks veröffentlicht werden können und dann später von anderen Leuten herunterladen können. Das ist jetzt beispielsweise das FlatHub, das bekannteste. Man kann aber auch in Flatpak auch eigene Repositories erstellen und die dann zum System selber hinzufügen. War ich tatsächlich auch mal kurz davor, ein eigenes Repository hochzuziehen. Warum, das erzähle ich euch im Laufe des Vortrags. Ja, jetzt haben wir erstmal grundlegend alle wichtigen Begriffe geklärt. Ja, nur, dass ihr schon mal grob Bescheid wisst. Genau. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit dem Flatpak-Builder. Ja, ist das Werkzeug, womit wir halt eben, wie gesagt, diese Flatpaks erstellen. Ist in der Programmiersprache Python geschrieben, wird von der Flatpak-Community auch direkt unterstützt und natürlich auch fortlaufend weiterentwickelt. Tatsächlich kann man das relativ einfach installieren. Auf Debian-basierten Distributionen ist es tatsächlich mit sudo apt install flatpak-builder schon geschehen. Genau. Jetzt kommen wir aber mal zu einem spannenderen Teil und zwar dieser Flatpak-Manifest-Datei. Das ist so ähnlich, wer den Vortrag eben angeschaut hat von dem DEB-Paket. Quasi diese Control-Datei unter anderem, sage ich mal, oder diese ganze Control-Folder. Das ist alles in einem Manifest beschrieben. Das ist sozusagen die Bauanleitung, das Kochrezept zum Erstellen dieses Flatpaks. Ich habe jetzt hier einfach mal, ich weiß gar nicht, was ich am Ende nehmen werde. Ich glaube, ich werde sogar, ich glaube sogar den Rechnungsassistent nehmen. Ist ein Programm, was ich auch selber geschrieben habe. Und da brauchen wir erstmal eine App-ID, die man da dann erstellt. Zur App-ID erzähle ich, glaube ich, nochmal gleich ein bisschen was. So ist quasi am Ende der Name des Flatpaks. Also am Ende der Identifizierer, sage ich mal. Dann haben wir einmal die Runtime. Worauf läuft das? Also in dem Fall ist das diese free-desktop.plattform. Es gibt, wie gesagt, die drei Stück. org.gnome, org.kde oder sowas. Und ich glaube, ein Punkt-Plattform ist auch jeweils dahinter. Das wird auch nochmal, ich habe nochmal alle Ressourcen am Ende verlinkt, alle wichtigen. Wird da auch nochmal genauer beschrieben. In der Regel werdet ihr wahrscheinlich die free-desktop-Plattform gebrauchen. Dann einmal die Runtime-Version. Also welche Version von dem ganzen Ding. Mittlerweile haben wir die 2308. Genau. Dann haben wir einmal hier unsere SDK und so weiter. Womit war dann tatsächlich, ich sage mal, das ganze Bauen muss man hier eingeben. In der Regel ist es dieses SDK dann zu dem free-desktop. Oder zu der speziellen Runtime. Genau. Dann ein Kommando, womit das gestartet wird. Dann nochmal verschiedene Parameter und dann darunter dann die Module. Nur, dass ihr schon mal so grob Bescheid wisst. Das ist, ich sage mal, ja, diese Kontrolldatei. Wir werden später nochmal ein bisschen genauer darauf eingehen. Werden wir jetzt schon. So, da ist es. So, da ist es. Da haben wir jetzt die verschiedenen Module, in Anführungszeichen, aufgelistet. Und man kann in einem Flatpak so viele Module reinpacken, wie man möchte. In der Regel sind das sozusagen Bauprozesse oder eigene Bibliotheken oder sowas, die man da mit reinnimmt. Unter anderem natürlich das Programm auch selber. Und hier habe ich jetzt einmal das Modul namens Rechnungsassistent. Und das Buildsystem ist hier simpel. Man kann hier auch verschiedene andere Buildsystems verwenden. Da gibt es verschiedene, die Flatpak selber unterstützt. Womit man dann beispielsweise auch direkte C-Dateien kompilieren kann in diesem Flatpak-Manifest. Ja, kann man machen, wie man möchte. Ich selber kompiliere das außerhalb und starte dann tatsächlich von so einem Bundle. Da kommen wir dann eigentlich gleich nochmal drauf. Da haben wir hier verschiedene Installbefehle, kopieren das irgendwo rein. Und ja, genau. Die Sources sind dann tatsächlich einmal unser Archiv, wo wir das denn herunterladen. In meinem Fall habe ich jetzt hier, genau, einfach so ein Archiv gebaut, so ein Bundle gebaut. Und das muss ich mit einer Checksumme vergleichen. Und dann passt es eigentlich ganz gut. Man kann noch weitere Dateitypen reinpacken. Beispielsweise auch ein Archiv, was lokal ist. Da muss man dann einfach statt URL, glaube ich, Path eingeben. Und das Ganze dann oder dann unter Type File kann man dann auch verschiedene Dateien, die schon vor Ort sind, sage ich mal, direkt mit reinnehmen. Genau, das sind jetzt in dem Fall einmal diese Meta-Info-XML-Datei. Was das ist, werden wir uns in einer Minute anschauen und eine .desktop-Datei, die ist dann für das Hauptmenü. Genau. Also, wichtig ist tatsächlich, diese Internetseite, die muss tatsächlich dem Projekt gehören, wie diese App-ID zusammengebaut ist. Das sehen wir hier auch nochmal. Wir haben hier de.linuxguides.rechnungsassistent. Und wenn wir hier das Ganze uns anschauen, haben wir linuxguides.de sozusagen. Diese Domain gehört mir. Das heißt, die kann ich als App-ID verwenden. Das ist denen tatsächlich wichtig auf dem Flat-Hub. Also, wichtig, wenn ihr das auf dem Flat-Hub veröffentlichen wollt. Ansonsten könnt ihr die App-ID nennen, wie ihr sie wollt. Aber es macht schon Sinn, sich daran so ein bisschen zu halten. Wenn ihr einen GitHub-Name nur sozusagen habt und keine eigene Internetadresse, ist das mittlerweile io.github und dann euer Benutzername und dann der App-Name. Genau. Früher gab es com.github. Wollen sie nicht mehr. Sie wollen jetzt hier ein io.github drin haben. Das Flat-Hub-Projekt. Keine Leerzeichen und keine Bindestriche reinmachen. Bin ich auch schon mal auf die Nase geflogen, weil ich hier nämlich einen Bindestrich hatte. Ich habe nämlich die Domain auch linux-assistant.org. Wollte ich natürlich dann auch direkt verwenden in meiner App-ID. Pustekuchen-Geehnicht. Ja, danke für nichts an der Stelle. Fand ich ein bisschen schade. Genau. Ja, womit starten wir? Wir starten in der Regel, also mein empfohlener Ausgangspunkt, ihr könnt mit den Quelldateien starten oder ihr könnt mit einem fertig kompilierten Programm starten, das alle Sachen schon mit beinhaltet, die wir brauchen werden. Also quasi so ein Bundle, so eine Target-Z-Datei, die man dann einfach, ich sage mal, manuell installieren könnte. Mit dem starte ich eigentlich immer bei einem Flatpack-Bau. Das ist dann in dem Fall hier das hier. Und ich meine, die meisten Dateien aus diesem Archiv werden dann hier einmal installiert. Dort schmeißt man dann tatsächlich alles in dieses Schrägstrich App-Directory rein. Da wird dann das Flatpack installiert. Also App-Share-Meta-Info und dann packt man hier die ganzen einzelnen Dateien rein. Das sind jetzt hier verschiedene für den Rechnungs-Assistent. Aber auch beispielsweise das Icon, das kommt dann auch unter App-Share-Icons-High-Color und so weiter. Dort werden die Icons gespeichert. Die ausführbare Datei wird dann einmal in, beispielsweise in dem Fall, App-Bin abgespeichert. In meinem Fall heißt es jetzt Rechnungs-Assistent.sh. Ja, das gibt man tatsächlich im Manifest dann als Command ein, was dann der Command ist, am Ende das Flatpack zu starten. Und das wäre dann in dem Fall hier dieser Kollege. Genau, ansonsten kopieren wir uns eigentlich alles in dieses App-Directory rüber. Ich packe tatsächlich alles in App-Bin, also auch mein Data-Ordner oder HTML-Ordner, den ich für dieses Rechnungs-Assistent brauche oder Lib oder Chromium tatsächlich ist da auch mit drin. Das packe ich dann alles in diesen App-Bin-Ordner rein. Also das Programm selber liegt unter App-Bin. Man kann sich da, ich sage mal, von der Ordnerstruktur ein bisschen gehen lassen, weil man tatsächlich in das User- und ETC-Verzeichnis sowieso nichts abspeichern oder schreiben kann in diesem Flatpack. Man kann nur in diesen App-Ordner, meine ich, schreiben. Und genau, von daher sind die Möglichkeiten begrenzt, wie man das raus, wo man das installiert. Also wichtig, haut dieses Bundle einfach an irgendeinen Ort. Ich packe das immer an App-Bin in der Regel und dann haut den Command rein von dieser ausführbaren Datei. Genau, ansonsten, Bild muss dann halt in App-Share-Icons-High-Color, wenn ihr das dann später, ich sage mal, nutzen wollt. Und ich meine, die Desktop-Datei kommt dann auch in App-Share-Applications und dann hier die Punkt-Desktop-Datei. Genau. So, wir gehen mal wieder ganz zurück. So ungefähr, stellt sich da. Und diese Meta.info, die schauen wir uns nochmal gleich genauer an. Das ist diese Info-Datei für den Software-Center. Aber die packen wir dann in App-Share-Meta-Info, heißt das. Und die benennen wir dann tatsächlich genauso oder die meisten Dateien wie Punkt-Desktop-Datei, diese Hauptmenü-Datei, das Icon und diese Meta-Info, die benennen wir genau nach dieser App-ID von dem Flatpack. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen. Also wir kopieren einfach alle Dateien da rein. Genau. Wenn wir jetzt am Ende diese Manifest-Datei haben, lass mich mal kurz nochmal schauen. Ja, startet einfach mit einem einfachen Manifest und erweitert es nach und nach. Also wenn ihr euch bestehende Manifest-Dateien von anderen großen Flatpacks anschaut, dann habt ihr teilweise hunderte Teilen, im schlimmsten Fall, mit ganz vielen Sources und Archiven. Ich muss sagen, ich habe es mir hier immer relativ einfach gemacht und bin von einem Bundle aus gestartet und kommt natürlich auch immer darauf an, was man noch für zusätzliche Abhängigkeiten nutzt, weil die muss man dann irgendwie selber mit in das Flatpack bringen, weil eben dieses normale Flatpack quasi schon fast gar nichts kann. Von daher habe ich jetzt beispielsweise in meinem Fall Chromium direkt mitgenommen. Also Chromium habe ich einfach, ich glaube, ein Target-Set von der Seite heruntergeladen, was fertig gebaut ist und steuere das dann so an tatsächlich. Genau. Ist jetzt nicht die feinste Sache. Ich könnte das natürlich auch nochmal in mein eigenes Modul packen und dann immer nochmal direkt erneut von der Quelle bauen. Wenn ich Chromium wirklich im Internet nutzen würde, dann würde ich das auch so machen. In dem Fall wird Chromium nur offline genutzt. Das heißt, ich brauche nur irgendeine Version und dann ist es mir für den Rest des Lebens egal, sage ich mal, von diesem Flatpack, solange sich da nichts ändert. Das nutze ich nur zur PDF-Generierung in diesem Projekt. Wenn ich da jetzt was sicherheitsrelevantes haben möchte, dann würde ich hier ein neues Modul erstellen. Da sind die Module. Also da unten nochmal ein neues Modul namens Chromium und würde das dann auch nochmal separat etwas genauer dann bauen und installieren, beispielsweise oder dann andere Bibliotheken oder so. Genau, die wären dann da mit drin. Ja, schaut einfach, dass ihr so viel wie möglich selber mitbringt, würde ich mal sagen. Dann seid ihr da nicht ziemlich gut. Und schaut, dass ihr so einfach wie möglich startet. Also ich habe glaube ich, bis ich das erste Flutter-Projekt zum Laufen bekommen habe, ich glaube das ging sogar, Hinweis, bei Flutter braucht man auf jeden Fall dieses Fallback-X, weil sonst läuft es gerade noch nicht, wenn man mit der Flutter-Programmierung dran ist. Wenn ihr jetzt gerade nicht wisst, was es ist, egal. Ich erkläre euch auch nochmal später, was genau diese Finish-Arcs bedeuten. Ja, ihr seht, das ist schon ganz schön kompliziert auf dem Anfang. Ich muss sagen, ich habe da tatsächlich schon häufiger, ich sage mal, viel Durchhaltevermögen gebraucht, so ein Flatpack wirklich zu bauen, weil wir müssen das wirklich in so einen Container packen und der ist wirklich erstmal sehr beschränkt. Man kann da sehr wenig machen. Ich würde sogar sagen und hingehen und sagen, dass Docker-Container wesentlich einfacher sind zu erstellen und so weiter. Da habe ich viel weniger Probleme gehabt als mit dem Flatpack. Aber sei erstmal dahingestellt. Das sind ja auch nochmal zwei etwas andere Technologien mit anderen, ich sage mal, ja, Herangehensweisen. Genau. Ansonsten nutzt bitte die Flatpack-Bilder-Dokumentation. Ich habe euch das Ganze jetzt hier auch mal verlinkt. Baut auch erstmal, das ist Standard-Flatpack, da ist so ein hier Build Your First Flatpack drin. Macht da auf jeden Fall mal alles durch. Das hilft tatsächlich sehr. Wer liest, ist da klar im Vorteil. Ich habe mir da auch schon einiges durchgespart. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn ihr technisch ähnliche, bereits veröffentlichte Flatpacks habt, dann könnt ihr euch auch daran orientieren. Jedes Flatpack-Manifest ist natürlich auch öffentlich. Unter dem FlatHub GitHub werdet ihr das finden. Das sind dann die einzelnen, ich glaube, jedes ist ein Projekt sogar auch, werdet ihr auf jeden Fall finden. Und dann könnt ihr euch daran so ein bisschen orientieren. Und mache ich tatsächlich auch immer wieder. Aber manche folgen dann nicht den Konventionen, wie sie eigentlich, ich sag mal, bestehen sollten. Wenn ihr dann später beim FlatHub das einreicht, dann habe ich da auch verschiedene Sachen, ich sag mal, mich sehr inspirieren lassen, dann wie die das halt gemacht haben. Und die sagen, ja, nee, das geht nicht. Obwohl es schon zigfach im FlatHub mit drin war. Zum Annahmeprozess, da kommen wir dann später nochmal. Wir sind ja erstmal beim Bauen vom Flatpack. Genau. Ich glaube, ich werde euch nochmal die Appstream ein bisschen genauer zeigen. Genau. Kommen wir erstmal zu dem Bundle, zu dieser Datei, wo ich quasi alles mitbringe. Habe ich ja schon mal eben ein bisschen erwähnt. Ihr seht, hier ist wirklich alles mit drin. Wir haben einmal, im besten Fall ist es tatsächlich so, dass wir in diesem Bundle auch direkt die Flatpack-Dateien mitnehmen. Also diesen Punkt Desktop-Datei. Das ist die Hauptmenü-Datei. Und dann einmal diese Meta-Info.xml, diese Ominöse. Die zeige ich euch gleich, was genau das ist. Und ansonsten alle weiteren Dateien, die das Programm braucht, um ausgeführt zu werden. Mit, in dem Fall sogar mit Chromium schon mit drin. Die habe ich alle in einen Bundle gepackt. Und kann man sich auch so tatsächlich runterladen von der Rechnungs-Assistent-Webseite. Und dann tatsächlich nutzen. Oder tatsächlich wird genau dieses Ding dann auch dafür genutzt, um dann später das Flatpack zu bauen. Ist meiner Ansicht nach ein bisschen einfacher, wenn man von so einem Bundle aus startet. Dann muss man sich nicht um die Kompilierung kümmern. Und genau, man hat, ich sage mal, meiner Ansicht nach ist das ein bisschen einfacher. Genau. Dann schauen wir, beziehungsweise ein Wort zur Bundle-Datei nochmal. Ich baue mir die natürlich auch nicht immer selber manuell. Ich habe mir da auch nochmal ein eigenes Skript geschrieben, womit ich die dann auch ganz, ganz einfach aus, genau, aus dem Code sozusagen erstellen kann. Und dann ist das auch relativ einfach veröffentlicht für eine neue Version. Da muss man das ein bisschen anpassen und dann läuft das auch schon wieder. So, jetzt schauen wir aber mal auf diese ominöse Meta-Info.xml-Datei, die ich schon die ganze Zeit anteasere. Was hat es denn mit der auf sich? Am Ende ist dieses App-Stream ein Format, das von vielen Exus-Betionen verwendet wird, um Anwendungen in Software-Centern vor allem, ich sage mal, zu beschreiben. Dort werden dann die Screenshots eingeblendet, neue Versionen und so weiter. Also, was sich geändert hat, der Change-Log sozusagen und noch viele weitere Sachen. Das Ganze ist ein sehr, sehr hakeliges XML-Format. Ich selber halte das, naja, ist halt so, ist halt wahrscheinlich auch so organisch draus gestanden. Ist schon okay, wobei der Interpreter von diesem Meta-Info.xml, von dem Flatpack, später vom FlatHub auch, nur sehr dürftig funktioniert, meiner Ansicht nach. Da muss man sich schon sehr genau dran halten. Es unterstützt auch so Ansätze von HTML, sehr schlechtes HTML habe ich es beschrieben. Das ist wirklich schlimm, meiner Ansicht nach. Ist wirklich nicht schön zu nutzen. Aber gut, muss man einmal durch. Ohne Meta-Info.xml geht es nicht. Und genau, habe ich hier auch schon reingeschrieben. Also hier habe ich auch schon ganz viel Spaß dann mit dem FlatHub-Bot gehabt. Was das dann ist, das zeige ich euch später. Wie sieht das Ding aus? Ich packe euch das hier mal in verschiedenen Abschnitten rein. Wir haben hier einmal unsere Version natürlich. Und was das natürlich ungefähr ist, ist eine Desktop-Application, beziehungsweise ist das Component, ist die Component von dem Ding. Und dann haben wir hier einmal die ID, ist dann in dem Fall die Flatpack-ID, die wir hier eintragen müssen, dann den Namen, wie das angezeigt werden soll, also wie das auch in den Software-Centern angezeigt werden soll, und dann einmal die Summary. Tatsächlich muss diese Meta-Info komplett auf Englisch sein, jedenfalls bei FlatHub. Von daher, obwohl es ein deutsches Rechnungsprogramm ist, musste ich hier alles auf Englisch dann schreiben. Den Namen habe ich so gelassen, weil ich kann wahrscheinlich eh kein Englischer aussprechen, aber dann weiß auf jeden Fall jeder, der das sieht, im App Store, okay, das ist wirklich ein deutsches Programm. Ja, und für die anderen, die es nicht wissen, die sehen das dann in der Beschreibung. Okay, dann sehen wir hier einmal zwei Lizenz-Typen, die wir hier einrichten müssen. Einmal die Lizenz der Metadata und die Lizenz des Projekts. Die Lizenz der Metadata ist dann alles, was drumherum um das Projekt ist. Das ist in der Regel MIT, also von der MIT-Lizenz. Ich glaube, man kann da auch gar nicht so viele Lizenzen einstellen. Also das sind ganz spezielle Parameter, die muss man da eintragen, wo man das eintragen kann oder wo man das einsehen kann, was für verschiedene Optionen man hat. Das habe ich auch in einer späteren Folie nochmal verlinkt. Ich glaube, ganz am Ende ist es da irgendwo oder ganz am Anfang. Ja, irgendwo ist es. Ich glaube, ganz am Ende ist es. Da habe ich das nochmal gezeigt. Ja, Projektlizenz ist dann die Lizenz von eurem Projekt, unter was ihr das veröffentlicht habt. Da habt ihr, glaube ich, noch etwas mehr Möglichkeiten, meine ich. In meinem Fall habe ich jetzt hier die GPL 3.0 oder später genommen. Muss man genauso schreiben. Genau. Und dann kann man hier sehen, okay, gut, wo soll das oder wo, inwiefern wird das, genau, ich sag mal, ich sag mal, ja, da machen wir einen Klatscher. Dann haben wir hier einmal eine Recommends-Section, die empfiehlt uns verschiedene Kontrollmöglichkeiten, in der Hinsicht, wie wir diese App nutzen sollen. Ganz ehrlich, ich habe das bis jetzt immer übersprungen, beziehungsweise einfach so mit übernommen. Das zeigt uns dann einfach, okay, gut, man wird eine Maus brauchen und eine Tastatur. Wenn man nur eine Maus braucht, dann schmeißt er die Tastatur eben raus. Wenn man die Maus quasi nicht braucht und nur ein Terminal-Programm ist, dann schmeißt er die Maus raus. Und dann könnt ihr da wahrscheinlich noch weitere Sachen eintragen. Das ist dann auch nochmal in der Spezifikation drin. Aber ich muss sagen, ich habe das bis jetzt eigentlich immer nur übernommen. Dann geht es aber wichtiger, weiter zu den Categories. Was für eine Kategorie ist denn unsere App? In meinem Fall ist das jetzt eine Productivity-App und das habe ich dann in die Kategorie Productivity getan. Was es da für verschiedene Kategorien gibt, ist dann wie gesagt auch in der Spezifikation. Ich schaue mal, wo ich sie euch hingepackt habe. Die habe ich euch ganz am Ende reingepackt. Ansonsten packe ich sie euch ins Handout. Dann haben wir einmal unsere Beschreibung. Das ist ein bisschen fies mit einem FlatHub-Bildbot, was ich dann hatte. Da muss man dann wirklich, also ich habe glaube ich auch nur diese P's genommen. Ich glaube, ich habe mittlerweile auch eine Liste genommen. Also UL, glaube ich, Unordered List. Aber die war auch sehr komisch zu beschreiben oder beziehungsweise zu formatieren. Da hat der FlatHub-Bilder-Bot echt ein paar Schwierigkeiten gehabt. Und ich glaube auch diese Interpretation von dem Ding. Also erwartet da nicht zu hübsches HTML. Meiner Ansicht nach wäre dann Markdown-Format mittlerweile ein bisschen zeitgemäßer. Aber gut, ist halt organisch gewachsen. Und dann kann man hier halt in verschiedenen Paragraphen die Beschreibung eintragen. Genau, dann am Ende haben wir einmal die Frage, was soll denn tatsächlich unser Hauptmenü-Eintrag sein? Wo ist dieser Hauptmenü-Eintrag zu finden? Beziehungsweise wie ist der benannt? In dem Fall trägt man dann den Namen der Desktop-Datei ein. Das ist am Ende tatsächlich einfach nur dieser Rechnungs-Assistent. Und genau, ja, das war es schon. Wir brauchen wahrscheinlich dann nochmal verschiedene Software-Center oder auch Hauptmenüs, um dann beispielsweise eine Deinstallieren-Funktion anzubieten, um das einfach zu identifizieren. Das wäre es soweit zur FlatHub oder zur Meta-Info oder zur App-Stream-Datei hier. Ist eigentlich super entspannt. Ich sage mal, schwieriger ist dieses Manifest, was wir ganz am Anfang hatten, das hier zu schreiben. Dieses App-Stream-Datei, das ist wirklich nur kosmetischer Natur. Und da ist man dann auch relativ schnell fertig. Ich glaube, ich habe ja auch ein paar Sachen dann nochmal ausgelassen, weil sie wirklich selbstverständlich sind. Genau, standardmäßig würde ich sagen, kommen wir mal zu den Berechtigungen. Berechtigungen haben unter Flatpak auch nochmal ein ganz spezielles Augenmerk. Und zwar haben die tatsächlich erstmal standmäßig absolut keinen Zugriff auf das Gast-System, was dann halt, wie zum Beispiel das Host-System, also euer eigener Rechner. Haben die erstmal keinen Zugriff zu. Die muss man dann tatsächlich in der Manifest-Datei mit angeben. Das ist das, was ich gesagt habe vorhin. Einmal hier diese Finish-Arcs, die nach dem Argument kommen. Das sind dann diese Berechtigungen, die man denen zugibt. Und die klären wir in der Minute auf nochmal. Da waren wir stehen geblieben. Und insgesamt würde ich sagen, haben wir drei Kategorien von Berechtigungen. Da haben wir einmal die Berechtigung fürs Dateisystem. Also mit was für Ordnern darf dieses Flatpak arbeiten und darf dieses Flatpak einsehen. In der Regel ist das quasi nichts. Da muss man schauen, was man da an Ordnerrechten gibt. Manche Apps brauchen vielleicht auch gar nichts. Manche Apps brauchen alles, was das genau gleich ist. Das schauen wir uns gleich an, mit welchen Geräten auf dem Rechner das Flatpak kommunizieren kann und ob es Netzwerkzugriff haben kann, haben darf. Ja, tatsächlich gilt in der Regel bei Flatpak die Devise, so wenig Berechtigungen wie möglich anzugeben oder so viele wie nötig nur in gewisser Weise. Hier sind die Flatab-Maintainer ziemlich streng. Also schaut, dass ihr euch hier nicht alles gibt, sondern das wirklich so schlau oder so, ich sag mal, ja, einfach so macht, dass es Sinn ergibt, sag ich einfach mal so. Ja, was sind jetzt solche häufig genutzten Berechtigungen? Ich habe hier mal die meisten oder die wichtigsten hingeschrieben. Es gibt natürlich noch ein paar mehr, ist auch nochmal in der Flatpak, im Flatpak-Wiki meine ich drinnen und da zeige ich euch jetzt erstmal die wichtigsten. Wir haben einmal unser File-System gleich Home, das heißt, dass man dann auf das Home-Verzeichnis des Benutzers, auf den persönlichen Ordner Zugriff hat als Flatpak. Das referenziert man dann tatsächlich auch ganz einfach nur unter Schrägstrich Home und dann Schrägstrich den Benutzernamen. Also das kriegt man ganz gut hin oder man kann auch die Home-Variable auslesen aus dem Bash sozusagen. Dann einmal, wenn man beispielsweise gar keinen Zugriff auf das Home-Verzeichnis haben möchte, sondern nur auf einen ganz bestimmten Ordner vom Home-Verzeichnis, dann kann man hier auch einen XDG-Ordner angeben. Das ist von dem Free-Desktop-Projekt, jeder moderne Desktop unterstützt das, also XFCE unterstützt das auch, MATE weiß ich nicht, ansonsten müsste es, glaube ich, jeder gescheite Desktop unterstützen. Das ist dann sozusagen die Benennung von den Ordnern, also je nachdem. Beim Downloads-Ordner geht es noch beispielsweise, da ist das englisch und deutsche gleiche. Beim Dokumenten-Ordner haben wir dann aber Probleme. Wie heißt denn das Ding jetzt unter der aktuellen Sprache? Ist es jetzt Dokumente oder Documents oder sowas? Das kann man sich hier so ein bisschen sparen mit dem XDG-Projekt, das das Ganze vereinheitlicht. Und da sind dann auch nochmal die Berechtigungen dran gekoppelt, wenn man möchte. Also man muss hier nur eine von diesen Berechtigungen natürlich eingeben. Oder man kann auch mehrere Dateisysteme natürlich, beziehungsweise mehrere Berechtigungen angeben. Aber jetzt beispielsweise die Home-Berechtigung inkludiert natürlich die XDG-Download-Berechtigung. Ist, denke ich, relativ verständlich. Dann, wenn man alles haben möchte, also alle Festplatten und so weiter, dann nimmt man File-System gleich Host. Das heißt, man kann auf alle Dateien zugreifen, aber auch halt eben nur so weit diese verändern, inwiefern mit welchen Rechten der Benutzer das Flatpak startet. In der Regel startet man ein Flatpak eigentlich als normaler Nutzer. Als Root nutzt man das, glaube ich, eh quasi nicht. Also habe ich noch nie gemacht und noch nie gehört oder gesehen. Genau. Wenn wir beispielsweise einen Zugriff auf die Grafikkarte haben wollen, mit OpenGL oder sowas oder Vulkan und so weiter, dann brauchen wir Device gleich DRI. Das ist auch nochmal sehr, sehr häufig eine Berechtigung. Ich muss sagen, die ist auch super entspannt zu bekommen im Flatup, in Anführungszeichen, die meisten Anwendungen haben. Das würde ich mal sagen. Dann auch IPC-Zugriff. Das ist dann auf die Inter-Prozesskommunikation. Also wenn man mit anderen Prozessen kommunizieren möchte, das könnte auch manchmal wichtig sein mit dem Fenstermanager und so weiter. Und apropos Fenstermanager, wenn wir tatsächlich einmal noch unser Programm auf X11 läuft, dann brauchen wir hier einmal Socket gleich Fallback minus X11. Denn normalerweise läuft sonst ein Flatpak im Valent-Modus, soweit ich weiß, oder unter Valent. Wenn ihr da noch X11 braucht, dann nehmt ihr dieses Socket gleich Fallback minus X11. Ich glaube, das habe ich bei allen meinen Anwendungen, weil das unter Valent bis jetzt nie geklappt hat bei mir. Bis jetzt noch nicht. Ich muss sagen, ich habe mich damit aber auch erstmal nicht so weit beschäftigt. Und ja, diese Berechtigung gibt es aktuell auch noch relativ leichtfertig. Ansonsten vielleicht nochmal eine ganz andere Sache. Man ist, wenn man dieses Flatpak ausführt, dieses Flatpak ist in einer Sandbox. Wenn man aber trotzdem mal einen Befehl auf dem Host-System ausführen möchte, gibt es manchmal, dann kann man tatsächlich auch aus dieser Sandbox ausbrechen. Das macht man dann mit minus minus talk, minus name gleich org-free-desk-grop-flatpak. Flatpak heißt einfach so in dem Fall. Und dann können wir tatsächlich auch, ich sage mal, Befehle außerhalb dieser Sandbox ausführen. Ansonsten, wenn wir einen Befehl ausführen in diesem Flatpak, dann wird das tatsächlich auch nur in diesem Sandkasten ausgeführt. Mit flatpak spawn dann zusätzlich, das ist aber die Berechtigung. Und aufrufen tun wir das dann aus der App mit flatpak spawn minus minus host und dann den ganz normalen bash-Command dahinter. Dann wird dieser Befehl auf dem Rechner selber ausgeführt. Braucht man super, super selten. Ich habe es aber sehr, sehr häufig beim Linux-Assistent gebraucht, weil der natürlich euer System administriert. Und das ist in der Sandbox natürlich dann schwierig. Genau, deswegen habe ich hier tatsächlich auch eine Ausnahmegenehmigung bekommen. Das ist in der Regel nämlich nicht erlaubt. Macht ja ansonsten dieses ganze Sicherheitskonzept kaputt, wenn das ja jeder ausführen könnte. Von daher, hier braucht man eine Ausnahmegenehmigung. Ist ganz wichtig. Die meisten Apps, die anderen beiden Apps, die ich da gebraucht habe, bis jetzt, die haben das auch tatsächlich nicht. Also das braucht man wirklich nur super, super selten. Ich wollte es mal dazu schreiben, weil ich halt eben auf das Problem gestoßen bin. Ja, jetzt haben wir ganz, ganz schön viel geschrieben. Am Ende müssten wir jetzt einmal unsere Manifest-Datei haben, die unsere Bauanleitung auch mit beinhaltet. Hier haben wir sie. Da ist die Bauanleitung. Wir kopieren uns einfach die Dateien in dieses App-Bin-Verzeichnis, schauen, dass unsere Source heruntergeladen werden kann. Und dann sind wir da eigentlich schon mal auf einem sehr, sehr wichtigen Punkt oder auf einem guten Weg. Und unsere Meta-Info-XML, die muss natürlich auch mit drin sein. Dieses kosmetische Ding, damit die Software-Manager das, ich sage mal, gut einlesen können und man auch weiß, okay, was für ein Flatpak ist das jetzt eigentlich genau. Die Berechtigung haben wir gesetzt. Und dann können wir tatsächlich dieses Flatpak schon relativ einfach bauen. Kurz vor dem Bauen müssen wir natürlich einmal noch dieses SDK installieren. Das machen wir hier mit Flatpak install org free desktop platform. Das ist einmal die Runtime und dann einmal das SDK mit .sdk. Und hier dann habe ich jetzt sogar schon die aktuelle Version reingeschrieben. Bauen tun wir das Ganze einfach, indem wir einmal unser Build-Directory eingeben. Das habe ich jetzt tatsächlich einfach nur Build-Dier genannt. Und dann einmal unsere YAML-Datei, also diese Anleitung hier, dieses Flatpak-Manifest. Das geben wir an. Da haben wir es. Und dann geben wir ein, okay, wir wollen das auf der User-Ebene bauen. Und das heißt, andere Nutzer können auf dieses Flatpak erst mal nicht zugreifen. Und mit Force Clean ist, denke ich, klar. Löschen wir alles bis jetzt und bauen das komplett neu. Würde ich eigentlich immer empfehlen. Außer ihr wisst wirklich, wann der cached und wann er nicht cached. Mir war das zu heiß. Ich habe es immer Force Clean gemacht. Es geht auch verhältnismäßig schnell, muss ich sagen. Und mit minus minus install installiere ich das auch direkt in meiner lokalen Flatpak-Instanz. Dass ich das dann danach, wenn ich das hier einmal ausgeführt habe, dann tatsächlich diesem Rechnungsassistent diese Datei oder dieses Flatpak direkt ausführen kann. Ja. Genau. Das ist es eigentlich auch schon. Das ist es eigentlich auch schon. Genau. Der Tipp, den habe ich vorhin auch schon gebracht. Wenn ihr lokal das gerade bearbeitet und ich sage mal am Anfang vor allen Dingen auch baut und das, ich sage mal, einstellt, das, ich muss sagen, mich hat jedes Flatpak, glaube ich, mindestens einen Tag an Arbeit gekostet. Das ist schon echt relativ viel im Gegensatz zu einer DEB-Datei. Hier waren wir stehen geblieben. Hier, das fertige Flatpak-Manifest hat bei mir jetzt eine URL drinnen auf einen Download-Link, wo diese Bundle-Datei drin ist. Wenn ich diese Bundle-Datei aber immer wieder ändern muss, weil ich beispielsweise mein Programm immer wieder ändern muss, dann möchte ich natürlich das nicht immer neu hochladen, eine Checksumme extra generieren dafür in Anführungszeichen und da reintragen und so weiter. Das ist mir viel zu stressig. Von daher, wenn man das lokal vor allen Dingen am Anfang testet, dann ersetzt man genau diesen Part einfach mit einem lokalen Typ, wo man einfach den Pfad zu dieser ZIP-Datei hinzufügt. Ist viel, viel einfacher und viel schneller. Weil so ein Flader das immer herunter und dies und jenes. Später natürlich, wenn ihr das dann hochladen wollt, veröffentlich wollt, dann ändert das wieder dann zum Download-Link dieser Bundle-Datei. Genau. Wunderbar. Dann sind wir tatsächlich auch schon echt fast ziemlich hart an der Zeit. Müssen nochmal ein bisschen Gas geben. Genau. Die Veröffentlichung auf FlatHub habe ich ja schon relativ häufig angeteasert. Schaut euch dafür diese Anleitung an. Die habe ich euch hier einfach mal verlinkt. Submission. Lest euch wirklich mal alles von Anfang bis Ende durch. Da steht viel, viel Wichtiges drin. Ist leider alles auf Englisch. Ja, ihr müsst auch gut Englisch können auf jeden Fall, weil der Aufnahmeprozess funktioniert natürlich nur in Englisch. Und prinzipiell funktioniert das so, indem ihr das FlatHub-Repository, ich sag mal, forked in euren GitHub-Account. Ihr braucht einen GitHub-Account dafür. Und das ist der Branche New PR. Das steht da aber nochmal genauer drin. Dann ladet ihr eigentlich nur eure YAML-Datei hoch. Nur eure Manifest-Datei. Also nur den Spaß, weil der ganze Rest soll von externen kommen. In der Regel in dieser Bundle-Datei. Habe ich jetzt für mich beschlossen. Und genau, wenn ihr wollt, könnt ihr noch hier einmal eine FlatHub.json-Datei hochladen, die genau das hier beinhaltet, dass man beispielsweise nur 64-Bit und dieses AMD64 unterstützt sozusagen. Oder x86. Oder dann kann man das vielleicht da nochmal ein bisschen eingrenzen. Da sind sie ja immer enttäuscht, wenn man das eingrenzt. Aber in meinem Fall mit Flutter habe ich mich damit jetzt leider noch nicht so weiter damit beschäftigt, andere Architekturen auch zu unterstützen. Wenn das euer Programm kann, dann macht das auf jeden Fall. Ansonsten ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wenn ihr das nochmal mit einfach zusätzlich hochladet, ist super easy. Und dann erstellt ihr schon ein Pull-Request. Und wenn ihr alles richtig gemacht habt, und wenn ihr das gemacht habt, dann schreibt mir das mal. Dann spendiere ich euch, glaube ich, für mich mal einen Kaffee, wenn ich euch mal sehe. Das ist, also ich habe es nie geschafft. Tatsächlich kommt dann so ein bisschen auch das Verzweifeln ins Spiel. Weil man muss sagen, die FlatHub-Entwickler sind auch wirklich hart drauf, sage ich mal in gewisser Weise. Das ist echt, ja, nicht so richtig schön, bin ich ehrlich. Also da, ja, habe ich schon ein paar Mal, war ich kurz vorm Werfen der Flinte ins Korn. Weil so richtig geil dokumentiert ist das alles auch wieder nicht. Oder man muss es irgendwo raussuchen. Und eine richtig schöne Anleitung, so ein Roadmap, wie ich das euch jetzt präsentiere, gibt es jetzt eigentlich noch nicht. Bzw. habe ich noch nicht so groß gefunden. Und von daher habe ich, glaube ich, teilweise 1, 2 Wochen gebraucht. Ich glaube, Linux Assistant war das längste. Habe ich 2, 3 Wochen gebraucht, auch mit dieser Zusatzberechtigung, die ich da gebraucht habe. Das war sehr, sehr, sehr fies. Ich war, ich habe mich technisch durch dieses Flatpak gegriffen. Musste super groß, Linux Assistant beispielsweise anpassen, dass das vom Flatpak, diese Flatpak-Spawn-Befehle alles ausführt. Super große Anpassungen. Das hat mich schon richtig viel Zeit gekostet. Kostet es euch wahrscheinlich dann auch, wenn ihr das nochmal speziell anpassen müsst. Und dann läuft dieses blöde Flatpak endlich. Und dann kommt eigentlich erst das richtige Chaos, meiner Ansicht nach, diese Aufnahme ins Flatup. Aber der Frust lohnt sich in gewisser Weise. Danach habt ihr halt einfach eine enorme Reichweite durch das Flatup. Von daher, ja, also würde ich euch schon empfehlen, das zu machen, auch wenn es wirklich echt ein bisschen hart ist. Meiner Ansicht nach, der Ton mancher Flatup-Maintainer ist schon ziemlich rau. Lasst euch davon einfach nicht entmutigen. Ich habe das in der Regel immer ignoriert, würde ich euch immer empfehlen. Die Sache ist, die machen das freiwillig, ja, immer stets freundlich bleiben, auch wenn sie euch das dritte Mal anscheißen, in Anführungszeichen. Ich glaube, so schlimm war es jetzt auch nicht. Also, es ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht super, super hart, aber man merkt schon manchmal echt, dass der Ton nicht so freundlich ist. Gut, man muss auch sagen, die werden wahrscheinlich auch viel Mist reviewen müssen. Und von daher, ja, einfach nicht aufgeben, immer freundlich bleiben und immer erneute Anlaufe versuchen. Und dann kriegt ihr das hin. Also, ich habe alle drei Flatpak-Pakete, die ich am Ende als Flathub veröffentlicht wollte, als Flatpak, habe ich auch hinbekommen am Ende. Also, das läuft schon. Und wie gesagt, was ich am Anfang schon erwähnt habe, wenn ihr da Hilfe braucht, schreibt uns gerne auf linuxguides.de, dann helfen wir euch da auch gerne. und dann schauen wir mal, dass wir das auch, ja, ich sage mal, auch aufs Flatpak bringen. Oder aufs Flathub, besser gesagt. Ja, die Maintener sind tatsächlich ziemlich streng. Wie gesagt, Berechtigungen nur so weit, wie nötig angeben. Keine zusätzlichen Dateien im Flathub-Repository hochladen. Ganz, ganz wichtig. Am Ende ist es nur im besten Fall diese YAML-Datei und diese Flathub-JSON-Datei, die wir jetzt hier nochmal ganz kurz besprochen haben. Das reicht vollkommen aus. Der Rest soll da gar nicht im Repository sein. Es sollen die Dateien von außerhalb geladen werden. Und das soll halt in diesem Manifest beschrieben werden. Das ist, ich sage mal so, diese Strategie von denen. Also, ganz wichtig. Ich habe, also manche Repositories haben noch eine Desktop-Datei drin, ein Icon drin, diese XML-Manifest-Datei zu dieses App-Stream-Ding für diesen Software-Manager, was wir vorhin gesprochen haben. Das haben viele drin. Das wollen die eigentlich gar nicht mehr so richtig. Und genau, sie lassen es zwar noch durchgehen, aber, ja, mach es gleich richtig. Ich glaube, ich habe es nie einmal richtig gemacht, weil ich glaube, ich glaube, das letzte Mal habe ich es dann richtig gemacht, weil dann doch immer ein bisschen Zeit dazwischen vergangen ist. Ja, Flathub und Flatpack-Wiki sind ziemlich hilfreich, auch wenn sie ein bisschen unübersichtlich sind, auch nicht, wenn alles drin steht. Aber, ich sage mal, die wichtigsten Hard Facts, die stehen ja tatsächlich leider schon drin. Ich musste sie dann leider über den harten Weg manchmal erfahren, weil, ja, von daher, ich empfehle euch wirklich, das Ganze einfach mal durchzulesen. Ich glaube, der erspart euch nochmal viel Arbeit. Genau. Ja, dann wären wir eigentlich auch schon durch. Und mit ganz viel Fleiß und Arbeit seid ihr am Ende auf dem Flathub. meinen drei Anwendungen geht es mittlerweile ganz gut auf dem Flathub, dadurch viele tausend Downloads natürlich bekommen und ich bin natürlich auch in den App-Stores von den meisten Distributionen drin. Das ist schon cool, muss man ganz klar sagen. Also, das heißt, was muss man jetzt machen? Wir starten mit so einem Bundle-Archiv, mit so einer ZIP-Datei, installieren einmal Flatpack-Bilder, erstellen dieses ominöse Flatpack-Manifest. Das ist so die schwierigste technische Aufgabe, sage ich mal. Dann bauen wir das Flatpack und testen das Ganze lokal, ob das soweit funktioniert und dann gehen wir in den Flathub-Veröffentlichungsprozess rein, forken den ganzen Spaß, laden unsere Manifest-Datei hoch und erstellen am Ende eine Pull-Request und wenn wir alles richtig gemacht haben, werden wir direkt auf den ersten Kommentar, ich sage mal, approved. Ja. Wurde ich bis jetzt nie. Wenn es jemand von euch schafft, schreibt es mir gerne. Mich würde es sehr interessieren. Genau. Das wäre es soweit gewesen zu diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch damit einen Einblick geben in die Welt von Flatpack und dem Flathub. Sprecht mich, wie gesagt, gerne bei Fragen an und dann wäre es das Wort gewesen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und gebe zurück an die Moderatoren.